So, da sind wir wieder am Start bei Let's Play Assassin's Creed 4 Black Flag Und wir machen weiter heute und wollen aber erstmal, bis vor so die nächste Hauptmission geht, mal noch schnell beim Links vorbeischauen, wir brauchen dringend Munition Und die Schwerter, meine Standardkombination. So, ich brauche kurz eben mal noch Material. Ich muss gucken, wo der Hafenmeister jetzt hier ist. Bis vor wir dann... Warte mal. Das bist du. Ab kurz für die Jigdok kaufen. Ab kurz für Edward kaufen. Na gut, wir kommen kurz zur Zeit. Wir haben 14.000 Reals. Aber ich möchte gerne erstmal noch schnell... Achso. Ich brauche nämlich Munition und alles. Kugeln haben wir gekauft. Die eine war ja gebaut für den Capitano. Schlafpfeile brauche ich. Schlafpfeile brauche ich. Und... Gut, dann war das auch soweit. So, jetzt gucken wir noch schnell mal beim Hafenmeister vorbei, ob die... Ob die Jigdok noch mal ein paar Upgrades bekommen könnte. Okay. Wir haben nur leider kein Holz. So, nehmen wir denn das. So, kaufen. Injector Upgrades. Da haben wir wahrscheinlich nichts, was das bringen würde. Also die Kohle hätten wir vielleicht. Hier, Mann, das weiß ich nicht. Oh, die nehmen wir mit. Die nehmen wir mit. Ja, Kanon haben wir. Stärke des Rampfspons haben wir. Anschlagstärke der Rundkugeln. Ja, wir müssen 12.000 Real reinhauen, damit wir auch Rundkugeln upgraden können. Schwere Kugeln. Nein, zwei Besser. Lagerung. Lagerung, man muss ja sagen. Ja, wir müssten... Stärke für Rundkugeln, warte mal. Stärke für Rundkugeln, ne? War das für schwere Kugeln hier? Oder was war das? Warte mal. Da stecken wir doch ein Kugeln hier. Der Schaden wird um 15 steigen. Wir kriegen E-Kohle ohne Hände. Also, dann werden wir es einmal kurz machen. So, dann haben wir das auch. Kaufen. Wollen wir Munition noch brauchen? Wahrscheinlich nicht die Kohle, ne? Schwere Kugeln gekauft. Mörser geschossen, aber gar nichts mehr gehabt, okay. Nehmen wir die mit. Und die Feuerfässer. Wir haben nicht mal die Kohle dafür gerade. Okay. Wir gucken noch schnell, was wir Fracht verkaufen müssen. Verkauf. Ich glaube, Mechano und Holz brauchen wir noch. Also, bei, erstmal, das braucht es mal so sein. Und wir haben für unser Schiff wieder ein paar Upgrades mit dazu gewonnen. Und zwar, die Kugeln nochmal. So, ich bin wieder aufgerüstet. Wir machen weiter auf jeden Fall mit der nächsten Hauptmission heute. Wir bitten um Parley, Sequenz Nummer 7. So, das war's dann wohl. King George ist unsere Sparenzien endgültig leid. Wer ist der Krimmiger? Das ist Captain Woods Rogers. Kein Mann, der mein Gesicht sehen sollte. Wir erbitten ein Parley mit den Männern, die sich selbst die Gouverneure dieser Insel nennen. Charles Wayne, Ben Hornigold und Ed Thatch. Tretet vor, wenn's recht ist. Ist wegen des Pardons? Verdammt, was treibt Hornigold da? Er ist, wenn der Haself ist. Was habt ihr Männer vor? Ich bin dankbar für eure Gastfreundschaft, Captain Hornigold. So. Wir haben noch feine Ohne Hände. Also, die könnten ja... Wie sollen das bei den Typen da verfolgen? Da sind wir ja halt... Ja, Freund. Ihr werdet schon noch sehen, Governor Rogers. Diese Schurken zeigen bald ihr wahres Gesicht. Ruhig, Commodore Chamberlain. Ich gab Captain Hornigold mein Ehrenwort, dass wir gleichberechtigt verhandeln. Das wird euch aufgestellt. Männer wie er sind schief in den Ruflangen an meinem Leben und ein gefährliches Klebstgeschwürt für die neue Welt. Der König will sie vernichtet sehen. So viel ist klar. So, die lassen wir mal jetzt Gott. Wir haben jetzt ein paar Jungs von denen jetzt weggenommen, schon mal. Drei, vier haben wir zuholt. Zumindest das, was dem am nächsten kommt. Unglaublich. Nicht sauberer als ein Hundezwinger. Captain Hornigold, bitte ruft eure Männer. So, lassen wir gleich mal kurz in Ruhe. Brackham, Wayne, der Gouverneur schickt nach euch. Bringt Burgess und Cochrane auch mit. Aus schwärmen Männer und behandeln dieses Kattenloch als wäre es unser. Ich bin nur sehr пом Aus schwärmen Männer und Cochrane. Also, das war's. Ich bin also nicht. Das war's. Ich habe meine Methoden, Commodore, und ich erwarte, dass ihr euch Wort für Wort angehalten habt. Ich habe meine Methoden, die ich mir nicht verliebt habe. Kommodor Chamberlain, bitte ruft alle Händler, Steinmetze und Zimmermänner zusammen und lasst sie am Nachmittag zu mir kommen. Wir müssen diese Festung wieder instand setzen. Wir sollten die Waffen konsistieren, Gavaneur. Machen wir diesen Piraten deutlich klagert mit dem Abgesandten des Königs Nietzelspach. Ich will keine Feindsinnigkeiten heraufführen, Kommodor. Trotz unserer Waffen sind wir ihnen im Schalenmess ist unterlegt. Wir müssen uns sinken. Ah, ist die Decke. ... unsere beste und herzliche Waffe. Geschwätz, Governor. Wir sollten alle Schiffe versenken, die nicht die Königs Flagge tragen. Wenn nicht, nähren wir Zweifel an unserer Ernsthaftigkeit. Schweigt, Kommodor. Ich bin der gottverdammte Gouverneur hier, im Dienste seiner Majestät, und ich treffe alle Entscheidungen. Ist das klar, Sir? Aye, Sir. Eure Wünsche sind klar wie Kristall. Nicht sehen, also. Das sind die Kartenkommodoren. Sind bereit. Hm. Kann ich nicht euch da jetzt gerade mal ein bisschen... Glaubt, er könne Männer aus diesen Affen machen. Ich jedoch nicht. Geht nun und erwartet meine Befehle. Gut, darf ich die jetzt töten? Das ist ja nicht das größte Problem, jetzt ein paar Feinde da rauszunehmen. Selbst die drei, vier, die jetzt noch so ein bisschen in der Stadt rumgurken. Ich hab diese ein paar mal ja schon mitgenommen. Was ich jetzt... Was ich jetzt... Vorinfiltrieren. Alles klar. Gut. Gut, 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 gut. Dann machen wir das doch mal. Dann gehen wir die ganzen Mist doch einfach mal an. Dann machen wir das doch mal weg. Ja, ne? Geht da hoch irgendwie? Gut. Also. Dann haben wir noch relativ... Dann haben wir eine coole Mission wieder vor uns. Wie wir dran gehen, müssen wir gucken. So, holen wir jetzt kurz mal... ...dem Schützen da oben. Moin. So, gut. Jo, endlich wieder ein bisschen Keilerei, wa? Endlich. So, ich muss mal kurz über raus, das ist der Nummer hier. Aber vor allen Dingen... Ähm... So, ich muss natürlich jetzt gucken. Auch vor allen Dingen mal grad... Ah, hier bitte. Jawohl bin ich hoch. Uh... Ah! 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 so wir kamen wir kommen zu gerade so ein bisschen vor dass wir schon mal hier gewesen sind dass wir das ding schon mal ausgenommen haben damals so ein dingspunkt zu schaffen dass wir da um die reinkommen also ich wir waren schon mal da ich war das vortrag das kriegen wir schon hin das ist jetzt eigentlich das geringste problem da irgendwo so also wir haben schon bekommen so schwer ist das ding nicht jetzt müssen wir noch mal gucken so, dann sind wir da zumindest auch schon mal in den Beubau so, ja, nicht ganz, hundertprozentig hoch können wir nicht, ne? hoch, warte ich verlegen, wie machen wir es, wie geben wir das ganze Ding wir können natürlich nicht durch den Haupteingang rum ich kann es durch verziehen das ist klar so ein Feind was ist man denn da reingekommen, oder was? komm schon nicht über die Tür, oder? natürlich wie kommt man denn da rein? kann ich da hoch teleporten? nur so nebenbei gerade? natürlich nicht, das wäre zu einfach schade, ich hatte ein bisschen gehofft dass ich da sagen kann, ich kann mal kurz das ist ja schon mal kurz ich kann ja auch mal kurz weg 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 Stop, Atelier! Die Mostert ist trying to get away! Ihr ist dead! mit den kollegen da das wäre total toll das war ein gedankenspielchen von mir das ist immer super wenn ich da wieder so ich liebe es wenn ein plan nicht funktioniert wie komme ich denn jetzt hoch ich muss ja irgendwo rein da 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 klar natürlich Oh Gott, schau. So. Wo muss ich da jetzt rein? Das müsste ja da irgendwo reingekommen sein, ne? Wo muss ich da? Oh no. Zumindest habe ich das, äh, das geschafft, was ich wollte. Ich würde es auch machen, ich habe mal so ein Gefühl. Oh, jo, ein paar Feinde sind da schon irgendwo. So. Vor dem 5. Januar des folgenden Jahres vergangen wurden. Und wir befehlen und weisen alle unsere Admiräne, Kapitäne und Offiziere zur See an. So wie all unsere Gouverneure und Kommandeure unserer Fort, Burgen und andere Orte in unseren Plantagengebieten. Und all unsere zivilen und militärischen Offiziere, derjenigen Piraten habhaft zu werden, die sich weigern. ... sich nie beschrieben, selbst zu stellen und zu ergeben. Ja, der hat wahrscheinlich jetzt eine Leiche gesehen. Vielleicht nicht unbedingt besser, wenn der mich jetzt auch nicht alarmiert will. Also fuck. So. Da mit der Schoße. So, die Frage ist... Ja, ich sehe das Gewerks. Kriegen wir die alle komplett down? Ohne... Ah, da will ich noch nie rüberkommen, oder? Ich kann doch nicht jetzt nicht... So, will ich mir den Klaus da hin... mit dem Typen da hin holen? Jetzt haben sie mich natürlich gesehen. Ach man, Edward, du musst da... So, okay. Oh, das war jetzt keine Absicht. Also ein paar haben jetzt noch nicht ganz mitgeschnitten, dass ich da bin. Ein paar haben es noch nicht so 100% mitgeschnitten. Die wissen es noch nicht. Also ich wurde bisher noch nicht alarmiert. Also ich wurde noch keiner alarmiert. So, die gehen wir noch jetzt hoch, die zwei. Wir haben zwei weniger. Da unten ist eine Glocke. Die sehe ich schon, keine Sorge. So, ich kann die Glocke erstmal wegmachen. Jo, da sind noch ein paar von denen. Aber, wie gesagt, so viele sind das nicht. Die kriegen wir schon hin, doch. Aber... Wir sind noch nicht auf... Sicher. Ich würde nämlich gerne, dass die ganzen Typen da noch wegholen. Das sind jetzt nochmal 4... 7... 9... So. Die Glocke mal weg. Dann haben wir nämlich die Optionen. Keine. 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 Oh, da sind noch einer. So, Geschichte. So, ich lasse mich schon kurz bei ihm heilen, damit ich hier weitermachen kann. Ein paar natürlich sind es immer noch, ne? Die kriegen wir noch hier. Sie kriegen wir noch. Keine Sorge. So, habe ich jetzt hier erstmal alles... Was haben wir gesagt? Die paar noch an Feinden weg? Oder wie sieht das aus? Ich kenne mich nicht. Kann ich heute auch in den Summen? Eigentlich habe ich schon mal alles, glaube ich, an Feinden. Fälliger Präsenz weg. Wieder auf die Gruppe da. Die Frage ist, wie geht es an? Kann ich hier auch mal eine, mal eine, mal eine, mal eine? Kann ich hier Money, Money, also Munition mal auffüllen. Oh, Bomben mit Sarkafall. Ja, ich könnte mir Sarkafall einsetzen, wenn wir da rein. Eine Idee vielleicht. Was ist denn, wie steht die denn? Hatte ich denn unten da? Jetzt aber. Das war jetzt mal. Da ist man für immer noch keinem... So, einmal kurz durchgemischt hier. Und Hammer. Okay, ich hätte nicht gedacht, dass ich die jetzt so einfach wegkriege. Ich hoffe, ihr wählt den rechten Kurs, Gentleman. Und akzeptiert die Begnadigung, so weit ihr euch im Reichen seid. Da sind noch mehr, weil euch können. Von euch dieben. Denn bis es soweit ist, dürft ihr allesamt Nassau nicht verlassen. Ach, der Typ ist das. Es tut mir sehr leid. Doch im Vergleich zu einer Anklage ist das Pardon eure beste Chance. Der Governor drückt sich viel zu freundlich aus. Verbreitet dieses. Akzeptiert des Königs Schutz. Sonst schleifen wir die Stadt bis auf die Grundmauer und brechen euch eure Hälse. Frieden, Commodore Chamberlain. Wir sind Gesandte, keine Scharfrichter. Noch nicht. Noch nicht. Kann ich die töten jetzt? Oh, vielen Dank, Sir. Gott segne euch. Ich sehe dies als winkte Schicksals, Männer. Wir sollten das Pardon annehmen und retten, was uns an Würde geblieben ist. Ach, Pisse. Ich hänge lieber, als mich diesem Hampelmann zu ergeben. Geh zum Arzt, Wayne. Wir hatten eine seltene Gelegenheit, eine Chance aus etwas Gemeinem eine Regierung zu formen. Getragen von Männern mit Visionen. Und in nur zwei Jahren setzten wir sie auf Grund. Diesen Fehler mache ich nicht nochmal. Er sagt die Wahrheit. Und ihr Weltmehr ertragt sie nicht? Adieu, ihr versoffenen Achterdeckbauern. Wir sehen uns am Galgen. Ihr seid tote Männer! Bastarde! So, Mission beendet. Gut, ich habe eine Wache nicht getötet. Naja. Tschüss. Aber wir brauchen... Den Kurier möchte ich jetzt mal nicht fangen. Das ist alles reinget. Den will ich noch mitnehmen. Oh, Entschuldigung. So, Tschüss. So, Wunderbar. Da war nicht nur einer. Da waren insgesamt noch drei. Die beiden eigentlich nicht vor dem Dings gemacht. Vor dem... Jedenfalls haben wir das vor erobert. Ich gucke jetzt gerade, ob die Mission hier auf der Insel ist. Wäre sie. Die Pulververschwörung. Heißt sie. Dann. Ja, aber das ist nicht für uns heute jetzt relevant. Das werden wir auf jeden Fall in der nächsten Folge angehen hier. Wie immer. Wir kettert ja mittlerweile. Gut, in der nächsten Folge gehen wir die Mission mit der Pulververschwörung an. Keine Gefallen, okay. Ich dachte, ich habe noch welche Feinde, die ich gesehen hätte. Ja, bis dann. Bei Let's Play Assassin's Creed 4. Bleck, Bleck. Wirklich. So, Ozla. Wirklich. 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 Vielen Dank.